Okay, die 100 Kilo waren echt easy. Ich werde jetzt die 110 Kilo versuchen. Let's go! Hey Freunde, Kevin Weber hier und herzlich willkommen beim allerersten YouTube Video. Ich habe hier was ganz, ganz Großes vor. Was genau wird, werde ich euch später im Video verraten. Wir gehen erstmal frühstücken, danach geht es ab ins Gym und da werde ich euch verraten, was ich in Zukunft vorhabe mit diesem Kanal, warum ich das Ganze mache und und und. Also, wir sehen uns gleich. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Die 100kg waren echt easy Ich werde jetzt die 110 versuchen Let's go Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das war's. Na, Freunde, aber kommen wir mal zu der Frage, was habe ich mit diesem Kanal eigentlich vor und zu erforderen, dass sich für noch mehr Leute motivieren, noch mehr Leute inspirieren zu einem besseren, zu einem gesünderen Lifestyle, dass die Leute anfangen, mehr auf sich selbst zu achten, mehr auf ihre eigene Gesundheit, auf ihren eigenen Körper zu achten. Und ich finde es ehrlich gesagt immer wieder traurig, wenn die Leute so viel Geld, tausende von Euro für Autos ausgeben, für Klamotten, für Schmuck. Aber wenn es darum geht, mal, sagen wir mal, einkaufen zu gehen, dann wird immer auf den billigsten Preis geschaut. Dann werden immer, sagen wir mal, so die minderwertigsten Produkte gekauft, die es auf dem Markt gibt. Man versucht immer wieder zu sparen und dabei merkt man eigentlich nicht, dass man sich selbst unbewusst schadet. Anاحz mit der定 wurden. Man versucht, Airbus rauszukechen Shop, wieれた und dadurch um Hungerre� zu sein mit ihnen unbedingt zu havereen. Ja, wenn Lead tv chase rauszukechen lassen. Dann geht's wieder auf den dönen. Bis zum nächsten Mal. 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 Wie oft werde ich posten, was habe ich vor und so weiter. Ich habe vorher Videos zu posten, regelmäßig mindestens ein Video die Woche werde ich auf jeden Fall posten. Das habe ich mir vorgenommen. Das ist auch mein Ziel, so schnellstmöglich zu wachsen. Natürlich so viele Skate-Videos und Content für euch produzieren zu können. Es werden Videos kommen zum Thema Kochen. Ich ernähre mich zum Beispiel persönlich selber vegan. Also werde ich auch vegane Rezepte vorschlagen, die natürlich auch für Muskelaufbau, aber auch für die Diät geeignet sind. Dann werden auch Trainings-Videos kommen. Das werden auch Videos zum Thema Mindset und allgemein zum Thema Theorie, Kraftsport und so weiter kommen. Also freut euch das, was kommen wird. Es wird richtig geil. Bis zum nächsten Mal. 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 Liebe Freunde, freue ich mich auf die nächsten Videos und falls ihr Wunschvorstellungen habt, was als nächstes alles kommen soll, welche Videos ich machen soll in Zukunft, dann schreibt es mir auch unten in die Kommentare oder schreibt es mir auch gerne einfach mal auf Instagram unter Kevin.weber- In diesem Sinne, macht es nicht gut, macht es am besten. Ciao, ciao.